Ich hab das geheime Geheimversteck gefunden. Oh yeah. Oh. Nein, 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 lauf! Heidi ho, los geht's! Wir sind Automaten, die da verrückt. Das wär doch was. Ey, so ein Mann mit Stil wie ich, der muss auch ordentlich shoppen gehen. Guck mal, wie hässlich das jetzt aussieht, Kreis. Ey, gerade war es hier doch alles richtig modern. Was habt ihr gemacht? Ja, das ist cool, voll der geile Ausblick. So extrem sexy, da hinten die Berge. Wer schießt denn hier? Ich. Warum machst du das? Ich versuche immer alles Mögliche. Das müssen wir jetzt hier machen, beobachte die Tatsformationen. Die Wakes werden nur kreischen, wenn du sie ansenkst. Wir müssen sie anzünden. Wir müssen sie grillen. Haha, wir müssen sie grillen, grillen. Schlechtwort. Musst die War-Kids anzünden, um unseren Mann zu wecken. Und hier, dann zünde doch mal die Zierten noch. Ja, die sind viel zu schnell tot. Hei, und ich den Flammenwerfer. Oh, hier. Viele betrachten diese Kreaturen als reines Kanonfahrt. Auch das Gewaltzimmer, boah. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Mach es tot, ey. Mach es tot, ey. Da braucht es ekel, ey. Sollte sterben. Mach es tot, ey. Oho. Oho. Ich bin gleich tot. Komm her! Hm. Bitte sei so nett und bring mir eine Probe vom Kadaver dieses War-Kids. Ich brauche nur noch ein paar weitere Proben. Die Vorgehensweise wie gehabt. Bring sie zum Verboten. Okay. Also erst brennen. Töte sie. Viel Glück. Alles klar. Bring sie zum Brennen. Du kennst das ja. Ein paar anzünden hier. Aua, mir ist voll einer ins Gesicht geflogen. Wie unhöflich. Wie frech. Da ist eine Feuermelone. Du musst ihn zündeln. Oh. Heiß, heiß, heiß. Haben wir überhaupt eine richtige Feuerwaffe? Ja, ich. Ich habe auch eine. Ja, dann injektiert doch. Können wir nicht irgendwas injektieren? Weiß nicht. Die brennen jetzt, aber sie müssen ja irgendwie sich verwandeln. Ja, wir müssen denen die Injektion verpassen. Ja, aber die müssen sich verwandeln in so ein komisches Ding. Und dann kannst du denen die Injektion geben. Warten wir vielleicht mal ein bisschen. Ah ja, jetzt ist sie tot. Ja, sie knuspert doch. Ja, sie sind so ein bisschen. Alle sind so ein bisschen knusprig hier. Alle sind hier gut durch. Oh, ich glaube, jetzt ist der sauer. Der Tierschutz. Der Tierschutz, ja. Hat uns beobachtet. Mordecai. Oh yeah. Yeah. Bloodwing. So laut. So wütend. Oh, Mordecai hat zum Alkohol gegriffen. So tot. Oh oh. Oh. Hey Kamerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Obwohl ein bisschen zu heftig gefeuert nach dem Bloodwing und ich gestern einen Hyperien-Konvoi überfallen haben. Ich hab hier noch so einen... Scheiße, Tiers. Oh. Ich bin gleich tot, ey. Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperien-Zug kraft durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel. Okay, wir müssen noch weitere mutieren lassen. Oh, der Blatt. Oh, 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 oh. Hier hinten. Ich bräuchte so einen... Ich hab da auf den Knopf gedrückt und dann nach oben geguckt und eine Flammendusche gemacht. Ja, falls man keine Feuerwaffe hat wahrscheinlich. Dass man die dann immer dahin lockt. Bereits für Action. Es sind keine mehr hier, oder was haben wir jetzt alle getötet? Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich hab jetzt nur eine von vier Proben. Wir haben doch schon zwei eingesammelt, oder nicht? Die erste war extra. Achso. Spezialprobe, sozusagen. Wollen wir mal hier umschauen. Wow! Ich wurde weggebugged von Harp. Sowas. Von meinem stylischen Hut, der hatte ich einfach weggekickt. Buckt der mich einfach an die Seite. Backe, backe Kuchen. Eine Kiste, eine super duper Kiste. Super duper Kiste. Super duper. Irgendwer schießt da mit einem Sniper. Das ist bestimmt Mordecai. Ja, Mordecai ist Sniper da oben rum. Oh, weißer Crap. Hier unten müssten noch Monster von denen sein bestimmt. Hier sieht noch so Käfer mäßig aus. Käfatz? Käfatz! Käfatz! Ey, schau mal da hinten. Was kommt denn da hinten für ein Typ? Hier sind noch Käfers. Okay, ich sammle jetzt die ganzen Käfers an der Feuermelone. Und dann macht die Feuermelone Boom und dann verbrennt andere. Und jetzt müssen wir denen irgendwie eine Injektion geben. Dann muss warten, bis die sich verpuppen. Das ist der Witz. Sie verbrennen. Boah, wie das hier alles runter läuft. So, und jetzt sollen wir immer noch warten, während sie am Braten sind oder was? Ja, da brennt doch nix. Die müssen sich dann irgendwie... Die, 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 die morphen dann so. Die morphen. Tempomorphen. Mal gucken, jetzt werden wir noch ein paar finden. Da. So, die brennt jetzt. So, lass mich mal hier brennen. Lecker, lecker. Knusprig. Und hat sich nicht gemorft. Ja, die, die... Nicht alle morphen, glaube ich. Hier, die ist gemorft. Jetzt habt ihr sie kaputt geschossen. Das war schlecht. Ne, das ist doch... Ne, das ist nicht ausgewachsen. Ne. Ihr müsst, ihr müsst den, ihr müsst den, äh... Hier wächst doch was, der ein Pod. Genau, und jetzt eh drücken. Hab ich. Der Pod wird wachsen. Das ist doch ein echter Boss Viking, ey. Wo will der denn jetzt hin? Aua. Was hat mich getötet? Ich werde dich retten. Ich werde dich retten. Das Viech hier wahrscheinlich. Wie der lacht hier. Während der hier im ganzer Komodus unterwegs ist. So, schön. Was liegt da? Was liegt da? Schotti? Schotti? 72 mal 14. Höchst effektiv gegen Panzerraum. Schotti. Also meine macht 65 mal 13. Die ist besser, aber die... Hier, da steht Korrosionsschaden dran, Kreis. Nur nebenbei. Das war das Thema von vor ein paar Stunden. Ja, dann... Ich erinnere mich nicht. Ich nehme die einfach mal mit. Ich erinnere mich nicht. Das sagen sie hinterher alle. Ja. Genau. Da kann keiner was nachweisen. Wahrscheinlich ist das Ganze aber unfreiwillig gewesen. Das dauert ganz schön lange hier. Ja, ich weiß nicht, was hier das Geheimnis ist. Oh, die brauchen ja mal ultralang zum Nachladen hier. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Komm mal ein Helikopter vom Helikopter hoch. Dann ist der Zug lang gefahren. Hm. Ja, da müssen wir noch nicht hin. Und hier ist ein Quest. Morden ist menschlich. Vergeben ist göttlich. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber... Willi, der Bandit. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Oh, geil. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Wollen wir mal zur Werkstatt gehen, ey? Ja, erstmal jetzt hier die andere Quest. Du wirst mir einfach vertrauen. Ja, aber das Problem ist, ich glaube, wir haben alle getötet, die für diese Quest auf dieser Map sind. Das ist die hier. Ich habe es mir ausgewählt für uns. Also der Bereich ist ja recht groß. Wir können auch da oben nochmal hingehen. Wo denn? Hier oben. Hier hinten. Da vorne. Uh, Geld. Uh, Geld in Scheiße gefunden. Das sind... Das ist keine Scheiße. Das sind, äh... Exkremente. Yeah! Ich weiß es auch nicht. Ich will es auch nicht. Da hat irgendwas geflattert. Hier kommt neue. So. Oh, oh. So, einmal hier Grille gut durch. Ein bisschen angegrillt. Du musst auch brennen, Mädchen. Brennen. Du darfst nicht mit einer Kugel töten, sondern du musst halt in diesem Feuer sterben. Oh, hier, Iridium. Ja klar, aber ich muss erstmal drauf schießen, damit die überhaupt anfangen können zu brennen. Normalerweise. Ist hier vielleicht irgendwo die Werkstatt, dass die sowieso gleich da ist? Die Werkstatt war hier. Ich habe es mal auf der Karte markiert. Nebenbei. Neben der Quest. Hm. Das ist ja blöd, solche Quests zu machen, wo man die Dinger nicht findet, ne? Es waren ja genug da. Hier sind ja jetzt auch wieder welche. Wir kriegen es einfach nicht geschickt. Wir schießen auch mit Säure. Was war denn das jetzt? Ich habe das geheime Geheimversteck gefunden. Oh, yeah. Oh. Falle! Nein, nein, nein! Falle! Boah! Niemand dringt mich ungeschafft um! Niemand! It's a trap! Frierender Psychopath. Frierender Psychopath, ja. Ja, machen wir doch mal ein bisschen. Ah, je. Ich habe auch schon Flammenwaffen ausgepackt. Was, Glotziar, mein was nicht an? Ich glaube, der hat mich nicht gemorst. Unglaublich. Das ist eine Quest. Finde das Waffenversteck des toten Banditen. Er hat zwar nicht auf die... Was? Er hat zwar nichts... Er hat es zwar nicht auf die Reihe bekommen, dich umzulegen. Und das gleich zweimal. Aber eins muss man ihm lassen. Er geht strategisch vor. Du kriegst eine Shotgun oder eine... SMG. SMG. SMG ist Mehrwert. Cash in a Tash. Ich habe mir auch gedacht. Cash in a Tash. Für eine gute Sash. Ja, ein bisschen Cash. Hat man hier mal ein bisschen Flash? Was ist Flash denn? Ist das so eine neue Designer-Droge? Jetzt Flash Thompson. Ich kenne Flash Gordon. Flash Gordon ist auch cool. Da oben kann man rauf. Da waren wir wahrscheinlich schon, ne? Ja. Wie blöd. Ja, jetzt... Wollen wir die optionale Quiz dann optional nebenbei machen? Ja, optional nebenbei. Geh da mal hin, irgendwie. Dass wir hier nicht rumlaufen müssen und die Farmen müssen... Dann nehmen wir jetzt nämlich... Erwisch den Zug. Naja, gut. Dann laufen wir mal ein bisschen. Ich würde ganz gern so die... die Kamera so in die... in die Third-Person-Sicht schalten, damit man meinen Hut bewundern kann. Ja. Röms. Was ist denn hier links? Waps-Charakter hat so leichte Zuckungen wieder. Hier ist ne Stadt oder so. Warte mal, nicht da rein. Oh. Okay. Der Daluk hat da unten echt schon was anderes gestartet hier, oder? Ne? Ne. Das lenkt nicht ab von euren Machentaten. Achso, ich dachte das wärst du, der hier rumsnipert. Aber das ist ja Mordecai, der leicht... Verrückte. So, es wird Zeit, dass wir unseren Zug erwischen. Kann ja sein, dass die... Kommt der eigentlich hier zu früh oder zu spät in Borderlands, der Zug? So wie im echten Leben halt. Wenn's nachher Bahn geht, haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Mit Borderlands 3 ist er dann hier. Haha. Die arbeiten ja schon dran. Bis wir dieses Spiel durchgespielt... Wer die Bahn oder Borderlands? Borderlands. Bis wir das durchgespielt haben, ist es schon draußen. Geh, wir können's noch einmal hier... Hier werden jetzt noch mal diese Wesen kommen. Können wir's hier noch einmal versuchen. Lock die mal neben seine Feuermelone. Hier schön locken. Kommt mit Käfer. Du kannst sie auch nach hier vorne bringen, genau. Da, eine... Einen Tarnfüger. Wow, krass. Injektieren. Wie injiziert man? Nee. Nee, bevor's kaputt geht. Mist, sie ist gestorbt. Aber hier hinten, wir haben noch einen großen. Was? Zum Teufel mit dir, Sigmund Freud, hat er gerufen. Halt sie am Boden. Ich glaube, wir sind korrodiert. Schnauze, ja, okay. Uh, die ist das Leben. Einen solchen Vogel bräuchten wir noch. Triff dich mit Tina? Ach so. Tiny Tina. Das hier sieht auch noch mal gut aus. Hier sind noch mal welche. Hier, unterwegs. Hallo? Guten Tag. Möchtest du hier mal mit uns spielen? Oh, Kreis. Ich bin über den Zaun. Old Man Johnsons Farm. Da ist ein großer. Hier, nicht raus. Ja, hier ist einer. Und da mutiert einer. Da ist die letzte. Bejes. 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 Okay, super. Okay, super. Kilidium. Okay. Geht denn hier ab? Und hier sind ein paar mehr gekommen, ne? Wie viel dafür gewiss. Haut ab von der Farm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das war ja eine ganze Farm von den Viechern. Ich habe einen HP. Das ist ein bisschen wenig, ne? Da ist weg. Ich habe einen Die Schmerz. Die Schmerz nicht so gut. Die Schmerz nicht so gut. Das war ja eine große Beine. Das war ja. Da ist ja so gut. Und hier gibt's die Schmerz.